Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zum Magazin Weitblick, die Welt von innen. Die Glaubenslandschaft in den USA ist vielfältig. Die Glaubensgruppen und Konfessionen sind dort nur bedingt mit dem vergleichbar, was wir aus Europa kennen. Darum stellen wir Ihnen in dieser Reihe die wichtigsten christlichen Strömungen des Landes vor. Heute geht es um die klassischen Protestanten und die sogenannten Historical Black Churches. Als Experte im Studio ist dazu Prof. Dr. Michael Hochgeschwender von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott, Herr Stetnofer. Herr Hochgeschwender, wenn man an die Glaubensgeschichte der USA denkt, dann fallen einem zuallererst die sogenannten Pilgerväter ein. Berufen sich die evangelischen Kirchen der USA heute noch auf diese Pilgerväter? In einem weiteren Sinne ja. Wenn es darum geht, über das protestantische Selbstverständnis der USA als christlicher Nation nachzudenken, dann sind die Pilgerväter, und die Pilgerväter war eine bestimmte Gruppe innerhalb der Puritaner, die im frühen 17. Jahrhundert nach Nordamerika gekommen sind, sind die Pilgerväter der Referenzpunkt schlechthin. In einem gewissen Sinne und einem engeren Sinne auch als sozialer Bezugspunkt. Denn wenn Sie sich heute noch auf die Pilgerväter zurückführen können, dann sind Sie gewissermaßen das Gegenstück zum Adel in den USA. Es gibt noch ein paar Familien, die immer noch sagen können, wir stammen von den Pilgervätern ab. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Pilgerväter eine ganz spezielle kalvinistische Glaubensrichtung darstellten. Und selbst innerhalb des Protestantismus dann viele sagen, naja, eigentlich kalvinistisch sind wir nicht. Etwa die Baptisten würden von sich nicht notwendig sagen, dass sie Kalvinisten sind. Es gibt Lutheraner, die sich ebenso wenig darauf zurückführen lassen wollen. Also da muss man unterscheiden zwischen einer generell protestantischen Geschichte und einer spezifischeren Konfessionsgeschichte innerhalb des Protestantismus. Man denkt zuerst an die Pilgerväter, wenn man an den Glauben in den USA denkt. Aber waren sie überhaupt die ersten? Nein, die ersten waren Katholiken. Tatsächlich im amerikanischen Südwesten, in Kalifornien, in Florida. Allerdings sind diese Katholiken, da sie meistens Spanier waren, von der amerikanischen Historiografie doch weitgehend aus der Geschichte der USA herausgeschrieben worden. Entweder hat man sie bewusst nicht zur Kenntnis genommen oder man hat sie unbewusst verdrängt. Auf jeden Fall wollte man sie nicht als Vorbilder für die eigene Geschichte haben, während man den Puritanern immer unterstellte, dass sie bis zu einem gewissen Grad die Demokratie aus Europa mitgebracht hätten. Aufgrund ihrer Townhall-Meetings zum Beispiel, einer Organisation, die von unten her gedacht hat. Gleichzeitig waren diese Puritaner ausgesprochen autoritär und hatten mit Religionsfreiheit so rein gar nichts am Hut. Also von daher ist das auch eine fragwürdige Konstruktion. Aber man hat sich mit ihr beholfen, damit man nicht auf Katholiken zurückgreifen muss. An Puritaner denkt man ja zum Beispiel auch, wenn man an die Hexenprozesse in den USA denkt, Salem und diese ganzen Geschichten. Ist das klassischer Protestantismus, wie er heute in den USA so auch historisch verstanden wird? Nein, die Puritaner im engeren Sinne gehen kurz nach den Hexenprozessen in Salem unter. Gar nicht so sehr, weil sie einfach verschwinden, sondern weil ihr Selbstverständnis sich auflöst. Der Puritanismus war eine Oppositionsgemeinschaft innerhalb der anglikanischen Kirche ursprünglich und man braucht ein eigenes Erweckungserlebnis, um Puritaner zu werden. Wenn sie aber Mehrheitskirche sind, gibt es so etwas nicht mehr. Das heißt, es fehlt die Opposition an einer Autorität, an der sie sich reiben. Man muss auch sagen, dass den Puritanern immer etwas Unrecht getan wird in doppelter Hinsicht. Einmal bezogen auf die Hexenprozesse. Viele Puritaner haben diese Hexenprozesse abgelehnt. Also Salem war die Ausnahme und nicht die Regel in Nordamerika. Zum anderen ist unsere Vorstellung von Puritanern meistens mit Brüderie und sexueller Engherzigkeit verbunden. Das trifft nun eigentlich gar nicht zu. Die Aufklärer waren puritanisch in diesem Sinne, während die Puritaner nicht puritanisch waren. Welche Gruppen würden Sie denn jetzt als klassische Protestanten bezeichnen? Wir werden in dieser Serie ja auch noch über die Evangelikalen reden und da möchte ich ein bisschen abgrenzen. Ja, das ist insofern schwierig, weil niemand so genau weiß, was jetzt klassischer Mainstream-Protestantismus oder Mainline-Protestantismus, wie man auch sagt, ist und was Evangelikalismus ist. Beides sind Fremdzuschreibungen. Es wird kaum eine Kirche sagen, na manche würden sagen, wir sind Mainstream, aber es wird kaum eine Kirche sagen, wir sind jetzt evangelikal, sondern die Bezeichnungen sind meistens andere. Trotzdem, wenn man sich die Kirchen ansieht und die Religionsgemeinschaften, dann würde ich sagen, dass zu den klassischen Mainstream-Religionsgemeinschaften im Protestantismus die Nordstaaten-Methodisten, die Nordstaaten-Baptisten, die Nordstaaten-Presbyterianer zählen, aber auch die Episkopalkirche, soweit man sie als protestantisch bezeichnen kann, das ist in den USA etwas schwierig. Die Lutheraner gehören mit dazu, wobei es bei den Lutheranern auch fließende Übergänge in das evangelikale Lager gibt. Diese Übergänge sind noch fließender zwischen beiden Gruppen im Südstaaten-Baptismus, Südstaaten-Methodismus und bei den Südstaaten-Presbyterianern. Das ist ja eines der interessanten Dinge in den USA, dass diese Kirchengemeinschaften immer noch wegen des Bürgerkrieges getrennt sind und dann auch unterschiedliche theologische Schwerpunkte haben. Auch die Disciples of Christ gehören im weiteren Sinne mehrheitlich eher zu den Mainstream-Denominationen dazu. Theologen wird das jetzt wahrscheinlich sehr viel gesagt haben, was sie da gerade dargestellt haben. Wie kann man das denn vielleicht kulturell festmachen für alle anderen? Was sind denn so die protestantischen Prägungen klassischer Natur in den USA? Also an sich sehr ähnliche wie in Europa. Man muss allerdings sagen, mit zwei Unterschieden. Einmal der kalvinistische Einfluss ist in den USA erheblich größer als etwa in der deutschen Tradition. In Deutschland haben sie vor allem den Pfälzer-Kalvinismus, sie haben im brandenburgischen kalvinistische Tradition, im kurhessischen kalvinistische Tradition. Aber ansonsten war der deutsche Protestantismus immer stark lutherisch. Das Luthertum in den USA hingegen ist, wenn sie es kulturell fassen, vor allem deutsch und skandinavisch geprägt. Da, wo deutsche und skandinavische Lutheraner leben, ist das Luthertum stark. Da, wo sie nicht sind, gibt es praktisch kein Luthertum. Dann haben sie eben die anglikanische Tradition in der Episkopalkirche. Die Anglikaner oder Episkopalen in den USA sind traditionell eine Oberklassenkirche, wenn sie so wollen, die Country-Club-Kirche. Da sind die ganz reichen. Sie finden ganz selten nur Episkopalkirchen in Slums. Es sei denn, die ist zufällig da stehen geblieben, als der Slum dort angefangen hat. Denn meistens gehen eher reiche Republikaner in die Episkopalkirche. Dann haben sie die Presbyterianer und Kongregationalisten, das sind eben die klassischen kalvinistischen Kirchengemeinschaften, die Presbyterianer etwas intensiver organisiert. Während die Kongregationalisten dieses sehr amerikanische Prinzip haben, jede Gemeinde steht für sich. Das haben die Baptisten auch, wobei die Baptisten aus der radikalen Reformation kommen. Man sagt das heute nicht mehr, aber früher hieß das mal die Wiedertäuferbewegung. Das heißt diejenigen, die die Kindertaufe abgelehnt haben. Sie haben im Grunde alles, was sie in der Reformation in Europa hatten, in den USA auch, mit anderen Schwerpunkten. Eben das Luthertum vergleichsweise sekundär, jetzt bezogen auf Deutschland, Calvinismus und radikale Reformation etwas stärker. Das heißt hier sind die Ähnlichkeiten zu Europa somit am stärksten, wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem Katholizismus? Ja, bis zu einem gewissen Grade. Allerdings dann wiederum in sehr amerikanischen Organisationsformen. Also wichtig ist tatsächlich, dass nach der Revolution auch im Protestantismus das Staatskirchentum verschwunden ist. Die Kongregationalisten und Anglikaner hatten ja lange Staatskirchen in den Kolonien und auch in den Einzelstaaten hinterher noch. Aber dieses Staatskirchentum gibt es dann nicht mehr. Das ist ja etwas, was das deutsche Luthertum zum Beispiel ganz klar gekennzeichnet hat. Von Beginn der Reformation an war das eine Fürstenreformation. Eine Reformation von oben. Ähnliches haben sie in Skandinavien. Während der Calvinismus eher von unten kam, sich aber dann trotzdem in Genf oder in anderen in Schottland wiederum mit dem Staat verbunden hat. Also diese Strukturen ändern sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts und es kommt dieses kongregationalistische Prinzip zum Tragen. Das heißt eine sehr starke Stellung der Einzelgemeinden und eine große Aversion gegen traditionelle Rituale. Also traditionelle Ritualkirchen, das wären Katholiken, Orthodoxe und auch Lutheraner in den USA, denen steht man eher mit Vorbehalten gegenüber, sondern man pflegt auch in nicht-kalvinistischen Kirchen eine kalvinistische Ritualkritik, wenn Sie es so nehmen wollen. Welchen Anteil haben denn die klassischen protestantischen Kirchen heute am geistlichen Leben in den USA? Sind sie im Trend? Eigentlich nicht. Also man muss sagen, sie stellen die Mehrheit der Bevölkerung. Aber man hat den Eindruck, dass sie intellektuell ausgezehrt sind. Also in den 1950er, 1960er Jahren, zu Zeiten der Vorherrschaft etwa der Neo-Orthodoxie, wenn man an Paul Tillich etwa denkt oder an die Nibur-Brüder, war das gerade dieser Mainstream-Protestantismus unglaublich solide, auch theologisch sehr weltgewandt, international relevant. Seitdem ist das weitestgehend zusammengebrochen. Also wenn Sie sich heute den Mainstream-Protestantismus in den USA ansehen, so haben die seit den 1980er Jahren zum Teil, bei den Episkopalen ist es besonders dramatisch, zwei Drittel ihrer Mitglieder verloren. Bei den meisten haben sie Verluste um die 50 Prozent, weil nur 30 Prozent. Es gibt nur ganz wenige Gemeinschaften innerhalb des Mainstream-Bereichs, die gewachsen sind. Das sind die sogenannten Universalisten. Die gelten gemeinhin als eine Art Durchlauferhitzer zum Atheismus. Also insofern ist dieser liberale Mainstream heute intellektuell und kulturell wenig bedeutsam. Kommen wir noch mal kurz auf die Wurzeln zurück. Die USA sind ja ein Einwandererland. Welchen Anteil an diesen klassischen protestantischen Kirchen hatten denn diejenigen, die tatsächlich politisch verfolgt wurden in Europa? Der Anteil ist geringer, als man früher immer gedacht hat. Man darf nicht vergessen, das Gros der Migranten in die USA oder nach Nordamerika kam aus ökonomischen und nicht aus religiösen Gründen. Es gibt bestimmte Gruppen, die religiös verfolgt worden sind. Das waren die Pilgerväter am Anfang. Das waren auch die Katholiken in Maryland. Das waren Altlutheraner, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts vor der preußischen Zwangsunion aus Deutschland geflüchtet sind. Es waren dann vor allen Dingen auch Juden aus Polen und dem zarischen Russland, die vor den Pogromen geflüchtet sind. Aber das Gros ist tatsächlich aus ökonomischen Gründen gekommen. Es wäre auch nicht klug gewesen, aus religiösen Gründen, etwa in der Kolonialzeit nach Nordamerika zu flüchten, weil es eben nur drei Kolonien gab, die Religionsfreiheit kannten. Rhode Island, Pennsylvania unter den Quäkern, Rhode Island unter den Baptisten und das katholische Maryland, solange es katholisch war. Das verlor aber die Religionsfreiheit, als es 1685 protestantisch wurde. Also insofern darf man sich die Religionsfreiheit im kolonialen Nordamerika nicht als Triebfeder für die Migration denken. Wir sind bis jetzt vor allem von europäischen Einwanderern ausgegangen. Es gibt aber noch eine wichtige klassische protestantische Strömung in den USA aus einer anderen Herkunft, nämlich die sogenannten Historical Black Churches. Was versteht man denn darunter? Ja, das sind vor allen Dingen schwarze Methodisten, Baptisten und die African Methodist Episcopal Church, also methodistische Episkopale, die oft auch aus einer kalvinistischen Wurzel, zum Teil auch aus einer Mischung aus kalvinistischen und lutherischen Wurzeln, sich in den vorwiegend protestantischen Gebieten des amerikanischen Südens gebildet haben. Wichtig dafür ist zu wissen, dass in den katholischen Gebieten Maryland und Louisiana es sehr oft zu synkretistischen Religionsformen bei schwarzen Sklaven gekommen ist. Dass man dort Mischungen aus afrikanischen und katholischen Gedankengut gefunden hat, dass die Sklaven zum Beispiel Voodoo ausgebildet haben oder Santeria. Das sind Formen, wo man zum Teil katholische Heilige verehrt, aber hinter den katholischen Heiligen kommen dann sehr schnell etwas diffuse westafrikanische Geister zum Vorschein. Das hängt damit zusammen, dass die Katholiken nicht besonders missionarisch gegenüber den schwarzen Sklaven waren. Diese Formen von Synkretismus wurden in den protestantischen Gebieten, in denen Sklaven gehalten wurden, sehr strikt unterdrückt. Das heißt, dort haben sie dann, da auch viele Sklavenhalter ihre Sklaven missioniert haben, eine sehr strikte protestantische Ausfärbung, die sich von der weißen Religiosität dadurch unterscheidet, dass sie aufgrund der sozialen Situation nachvollziehbarer Weise vor allen Dingen vom Exodus-Erlebnis her denkt. Also von der Befreiung des Volkes Israel durch Gott und Moses. Und innerhalb der Historically Black Churches haben sie dann sehr oft so neue Moses-Figuren. Das war mal eine Zeit lang König Georg III. während der Revolution, weil die Sklaven sich sehr oft auf die Seite der Engländer gestellt haben. Später war es Abraham Lincoln, dann Martin Luther King. Also immer der Moses, der das unterdrückte Volk und die Schwarzen als das neue Volk Israel aus der Unterdrückung herausführt. Die Historically Black Churches sind also hauptsächlich im Süden der USA entstanden, auch aus Sklaven heraus entstanden und waren deshalb natürlich eine der Triebfedern der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Waren sie die Triebfeder? Also im Süden vor allen Dingen, wobei man korrekterweise sagen muss, sie entstanden historisch im südlichen Norden, also in Pennsylvania. Da waren in den 1780er Jahren die ersten, weil im Süden selber Organisation von Schwarzen nicht geduldet wurde. Es gab dann umherwandernde Prediger und um die herum gruppierten sich diese Kirchen. Und nach der Befreiung der Sklaven 1865 wuchsen diese schwarzen Kirchen mehr und mehr. Und im Süden waren sie das Rückgrat der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Wenn sie sich die Southern Christian Leadership Conference um Martin Luther King ansehen, die heißt nicht umsonst Christian Leadership Conference. Das waren fast alles Pastoren der schwarzen Kirchen. Sei das Martin Luther King selber, sei es Fred Shuttlesworth, Ralph Abernathy und wie sie alle hießen. Also eine unglaubliche Dominanz des Klerus, weil das war die gebildete Mittelklasse in den USA unter den Schwarzen im Süden. Das heißt, hier hatte man universitär gebildete Personen, die auch Einfluss in der Gemeinde hatten, die selbst von den Weißen halbwegs respektiert worden sind und auf die man gehört hat. Um die herum kristallisierte sich der Widerstand im Süden. Im Norden war das völlig anders. Die Schwarzen im Norden waren sehr viel säkularer. In der Kirche ist es ja immer die Frage Trennung von Religion und Politik. Das klingt jetzt fast so, als ob die Historical Black Churches von Anfang an politisch waren. Ja, alle Kirchen waren von Anfang an politisch. Insofern ist diese Trennung von Religion und Politik sehr hypothetisch. Man kann von der Verfassung her sagen, es gibt eine Trennung von Staat und Kirche. Das meint aber etwas völlig anderes. Sobald Gemeinschaften sich bilden und bestimmte Ziele haben, wird das politisch. Und gerade jetzt bei den schwarzen Kirchen war das immer enorm politisch, auch wenn die selber immer gesagt haben, wir sind unpolitisch und es auch zum Teil ernst gemeint haben. Aber in dem Moment, wo man sich im Süden gegen die Rassensegregation, also die Trennung der beiden Rassen ausgesprochen hat, wo man verfolgten Schwarzen geholfen hat, wo man gegen das rituelle Lynching, die Ermordung von Schwarzen vorgegangen ist, ist man automatisch politisch geworden. Und jemand wie Martin Luther King hat das natürlich sehr schnell erkannt und daraus dann auch politisch und religiös Kapital geschlagen. Welchen Einfluss hatten denn die afroamerikanischen Christen auf die US-Gesellschaft? Ja, sie hatten einen Einfluss vor allen Dingen in ihrer eigenen Community, in ihrer eigenen Gemeinschaft. Da waren sie unglaublich prägend, sowohl in positiver Hinsicht, wenn man sich die Bürgerrechtsbewegung ansieht, zum Teil auch in negativer Hinsicht. Der Antisemitismus und die Homophobie ist gerade in den Historically Black Churches sehr weit verbreitet. Also jemand wie Bayer Drustin, ein Mitarbeiter von Martin Luther King, der Quäker und homosexuell war, hat schwerst darunter gelitten. Und es gibt auch eine gewisse Form von Machismo, die sich in diesen Gemeinschaften ausgeprägt hat. Und das ist etwas, was bis heute auch als Last innerhalb der Black Community empfunden wird. Man hat schon ein Gespür dafür, dass manches von diesen doch sehr kulturell bedingten Dingen nicht mehr zeitgemäß ist. Aber es ist schwer, da rauszukommen. Haben die afroamerikanischen Christen denn eigentlich jetzt erstritten, wofür Martin Luther King stand? Ja und nein. Also ja, weil das Wahlrecht kann ihn heute keiner mehr nehmen. Das ist wirklich da. Man kann sie ein wenig behindern, aber man kann es ihnen nicht mehr nehmen. Es gibt eine schwarze Mittelklasse inzwischen, die es in dieser Form vor 1960 kaum gegeben hat. Es gab sie aber sehr wenige. Es gibt sehr viel mehr Gleichberechtigung im akademischen Bereich. Es gibt viele schwarze Sheriffs, Bürgermeister, Politiker und und und. Das Problem ist, dass der Rassismus subtiler geworden ist. Man sagt heute nicht mehr, ich gebe dir keine Wohnung, weil du schwarz bist. Sondern wenn ein schwarzer Mieter kommt und jeder weiß, wenn der schwarze Mieter kommt, sinkt der Wohnwert der Wohnungen drumherum und das ist oft die Altersvorsorge der Menschen, die dort wohnen, dann sagt der Makler halt, tut mir leid, die Wohnung ist gerade vermietet worden. Wer will ihm das Gegenteil beweisen? Das heißt, es gibt, man nennt das immer systemischen oder strukturellen Rassismus, das ist ein problematischer Begriff, aber dahinter steckt eine richtige Wahrnehmung. Es gibt weiterhin rassistische Vorbehalte gegenüber Schwarzen. Und interessanterweise vor allen Dingen gegenüber Schwarzen, die aus dem eigenen Land kommen. Schwarze Migranten aus Afrika, die nach 1960 nach Nordamerika gekommen sind, sind sozial viel leichter aufgestiegen als Schwarze, die schon im Land waren. Wenn sie als Schwarzer sich einen britischen Akzent geben, sind sie automatisch viel besser integriert, als wenn sie einen schwarzen Ghetto-Akzent aus Chicago haben. Also insofern gibt es durchaus weiterhin rassistische Vorbehalte, gegen die sich ein Martin Luther King mit Sicherheit auflehnen würde, die aber ganz, ganz schwer aus der Gesellschaft herauszubringen sind. Jetzt gibt es viele Aktivisten für Afroamerikaner. Was sind denn heute noch die christlichen Aktivisten? Was ist der Beitrag dafür? Also die sind weiterhin im Süden sehr stark, aber wenn sie in die großen Städte des Nordens gehen, haben sie tatsächlich andere Aktivisten. Und das schon seit den 1960er Jahren. Sie hatten erst die marxistisch angehauchten Black Panther. Dann haben sie Black Nationalism, Black Power. Sie haben die Nation of Islam, eine nicht mal im Islam anerkannte Gruppe, die sehr heterodox ist. Dann haben sie aber zum Beispiel heute Black Lives Matter, die jetzt nicht genuin christlich sind. Das kann man beim besten Willen nicht sagen. Der harte Kern, das sind queer-theoretisch ausgebildete Vulgär-Marxisten, um es freundlich zu sagen. Und die sind aber vor allen Dingen auch im Norden stark. Wenn sie in den Süden gehen, finden sie kaum Local Chapter von Black Lives Matter. Das hat Gründe, weil im Süden die Historically Black Churches immer noch sehr prominent sind. Die Historically Black Churches haben also, das sagt schon der Name, eine große Geschichte. Wie stehen sie denn heute da? Wie ist das Glaubensleben dort? Das ist sehr lebendig. Also das ist im Grunde vergleichbar mit den Evangelikalen, auf die wir dann in einer anderen Sendung zu sprechen kommen. Das sind oft auch religiös gesehen theologisch-evangelikale Christen mit sehr euphorischen, enthusiastischen Gottesdienstformen, sehr viel Gesang, sehr viel Musik, sehr eingängigen, charismatischen Predigten, die zum Teil Stunden dauern können. Also das ist ein zum Teil unglaublich lebendiges Leben, aber auch eben stärker im Süden als in den großen Städten des Nordens. Ist das auch heute noch eine abgeschlossene Gemeinschaft oder gibt es da auch schwarz-weiße Ökumene sozusagen? Es gibt Religionsgemeinschaften, die schwarz und weiß miteinander verknüpfen. Also vor allem bei Pfingstchristen finden sie das sehr oft, aber inzwischen auch bei vielen Evangelikalen und im Mainstream. Es gibt aber weiterhin diese sehr abgeschlossenen schwarzen Gemeinschaften. Das ist auch wichtig. Also viele Schwarze waren gar nicht so glücklich im Süden, als die schwarzen Schulen zum Beispiel abgeschafft worden sind, weil sie gesagt haben, da konnten wir wenigstens unter uns sein. Da gab es niemanden, der uns bevormundet hat. Wir hatten unsere eigenen Unterrichtsformen und auch die Historically Black Churches oder auch die Historically Black Universities und Colleges sind für das Selbstbewusstsein dieser Gruppe ganz, ganz wichtig. Zum Schluss die Frage, was sollte ein Zuschauer aus dieser Sendung unbedingt mitnehmen an Wissen über die klassischen Protestanten und über die Historically Black Churches? Einmal, dass die klassischen Protestanten diejenigen waren, die im 19. Jahrhundert in den USA gesellschaftlich federführend waren. Also ohne die, vor allem ohne Episkopale, obwohl die nur zwei Prozent der Bevölkerung ausmachen, lief gar nichts. Das hat sich geändert. Also ein großer Statusverlust des liberalen Protestantismus. Und auf der anderen Seite die unfassbare Bedeutung der Historically Black Churches für die schwarze Bürgerrechtsbewegung. Herr Professor Hochgeschwender, ich danke Ihnen recht herzlich für das informative Gespräch. Gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Ihnen bedanke ich mich für Ihr Interesse. Beim nächsten Mal geht es in dieser Reihe um die evangelikalen Bewegungen in den USA. Das war Weitblick, die Welt von innen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017